Hallo Leute, ich bin's Adrian und zwar, ich hab jetzt gerade gesehen, dass viele ein Problem haben, LOL zu starten. Ich zeige euch jetzt mal, wie das geht, hier geht's, also da runter, auf den Internet, da macht ihr Rechtsklick, Netzwerk und Freigabecenter öffnen, von da aus geht ihr dann auf Adapter, also Adapteinstellungen ändern, dann geht ihr halt, wie ihr halt online seid, mit LAN oder Wifi, bei mir ist es halt mit WLAN, dann geht ihr da auf die Eigenschaften, dann scrollt ihr einfach runter, auf Internetprotokoll Version 4, ihr öffnet das, oder ihr könnt es auch einfach so öffnen, auf Eigenschaften, dann geht ihr auf folgende DNS-Server verwenden, da gibt es dann, ähm, sorry, ich muss kurz nachschauen, ich glaube es war 8, 8, 2, 2, und unten überall 8, ich gehe mal mit meiner Nummer sicher und schaue mal nach, mhm, ne, es war 8, 8, 4, und dann alles schließen, nochmal, und, sollte jetzt LOL funktionieren, sollte, ja, nein, LOL funktioniert wieder, und, ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen.